Hallo, ihr verrückten Hühner. Am 11.11. ist das Friedrich-Lichtenstein-Trio in der Alten Oper im Mozart-Saal. Ihr wisst Bescheid, oder? Das wird so großartig. Also wenn ich jetzt schon dran denke, da wird es mir ganz schummrig, ganz ehrlich. Also bereitet euch vor, esst vorher ordentlich, trinkt dann sehr viel und genießt.